Musik Liebes verehrtes Publikum, Sie fehlen uns sehr. Alljährlich freuen Sie sich auf unser Adventskonzert zu Beginn der Vorweihnachtszeit. Und weil Sie in diesen besonderen Zeiten nicht zu uns ins Stadttheater kommen können, kommen wir zu Ihnen nach Hause. Wir präsentieren Ihnen aus der Altenkirche Lehe Weihnachtslieder in vierstimmigen Akapella-Sätzen. Wir wünschen Ihnen fröhliche Weihnachten! In dulzi jubilau, nun singet und seid froh, Unseres Herzenswohnne bleibt in Präsepio Und leuchtet als die Sonne, Matrice in Cremio Alpharisset, O Alpharisset, O O Jesu Parolee Nach dir ist mir so weh Tröst dir mein Gebüte Durch alle deine Güte O Prinzess Glorie Träule, 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 Träule und die Schellen klingen in Regis Curia. Ah ja, wären wir da, ah ja, wären wir da. Wir wurden ständig aufgegrummen, wir loben es da, wir zu dieser Stunde, hoch in der Welt und tief in der Welt an, vor Freude sind uns der lieben Engelschein. Christus in Himmel wohlbegachte, wie wir uns reich und seelisch machte und widerbrechtet Paradies, darum er doch das Himmel nachher ließ. O Heiligen Morgenstern, wir freisen, dich heute hoch mit frohen Weisen, du lachtest jeden Ort fern, so leucht auf uns der Christ, du morgenschell. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020